In der Tabelle bedeutet das übrigens, dass der Tabellen-6. Homburg auf den Tabellen-13. Freiberg trifft. Freiberg hat eigentlich ganz gut in die Runde gestartet. Erinnern wir uns ungerne natürlich an die Hinspiel-Niederlage. Das heißt, die Mannschaft des FC Wölk-Homburg hat heute auch etwas gut zu machen, Revanche zu nehmen für diese bittere Pleite. Aber im Anschluss haben die Ergebnisse bei Freiberg nicht ganz so gestimmt. Deswegen aktuell nur 18 Punkte auf dem Konto, obwohl es eigentlich eine Mannschaft ist, zumindest in den ersten Spielen, die selbst Fußball spielen will. Und das haben sie im Hinspiel eben gezeigt. Ja, Anschluss ist erfolgt. Und Freiberg stellt direkt die Räume zu. Schöner Doppelpass damit über die Außen. Und da ist das 1 zu 0 für die Grün-Weißen. Schön gespielt, über links außen, feiner Doppelpass. Und der Ball in die Mitte ist dann nur noch eine leichte Aufgabe. Kein Problem, den zu versenken. 1 zu 0, Grün-Weiß. Gute Ball daraus auf Mauersberger. Der kann auch die Flanke bringen. Und da ist das 1 zu 1. Gute Seitenverlagerung da auf Christian Mauersberger, der da kurz vor der Torlinie noch den Ball ins Zentrum schlagen kann. Sich jetzt den Kopf freimachen von diesem Ausgleich. Guter Ball da in die Spitze auf Markus Midler, der dringend den Strafraummann über links. Aber da steht, müsste Marcel Hofrath gewesen sein, kann da vor dem Einschuss bereiten. David Hummel klären. Gute Aktion da mal wieder. Gut gespielt von Grün-Weiß. Schnell nach vorne umgeschaltet und schon wird es gefährlich. Und es heißt, erste Ecke für Grün-Weiß. Hier kommt etwas. Und da ist das 2 zu 1 nach einer kuriosen Situation. Nach diesem Eckball wird zunächst handboniert, aber der Ball springt da noch im Strafraum hin und her. Durch ein Kuddelmuddel landet er dann schlussendlich bei einem Homburger, der da den Ball erst hinterher schaut, wie er an den Pfosten knallt. Tor für den FC Homburg. Position nicht, aber Markus Midler ist immer zuzufrauen, dass er den direkt aufs Tor zieht. Das Füßchen hat er dafür. Und es gibt 11 Meter für den FC 08 Homburg. Seistrom, die Möglichkeit für Markus Midler hier auf 3 zu 1 zu erhöhen nach 36 Minuten. Eigentlich ein sicherer Schütze. Aber gut gehalten von Keeper Niklas Heimann. Die große Chance vorbei. Ja, da heißt es jetzt nicht lang diskutieren, sondern weiterspielen. Ja, da ist es nicht lang. Und da ist es 3 zu 0 durch Thomas Gösweiner verdient nach Vorlage von Markus Mäntler. Gut gespielt da, schön durchkombiniert. Und das ist Philipp Hoffmann, der da mit Tempo in den Strafraum geht. Und das ist eigentlich ein klarer Elfmeter. Natürlich gewollt von Philipp Hoffmann, aber Niklas Heimann hält da noch die Hand raus. Und das nimmt Philipp Hoffmann dankend an. Und da ist das 4 zu 1 Elfmeter verwandelt. Und da war eine gehörige Portion Wut dahinter. Und das ist es, wenn man einen Knopf hat. Und da hat auch noch viel gucken. Oh, Marc macht es da brasilianisch, macht er den Sinne, den sie dann trägt. Ja, verdienter Sieg für den FC 08 Humburg, wichtige drei Punkte. Und dann nochmal die Riesenmöglichkeit auf den fünften Treffer, aber knapp am Tor vorbei. Und da hat es nochmal geklingelt hier zum Schluss. Da ist 5 zu 1. Der Endstand hier im Homburger Waldstadion. Und 5 zu 1 für den FC 08 Humburg. Ein Sieg, der sicherlich absolut in Ordnung geht. In Gesamtbetrachtung auch in der Höhe verdient. Mayberg hat es nie verstanden, Humburg in der Defensive richtig unter Druck zu setzen. Auch wenn natürlich Ansätze vorhanden waren. Humburg dagegen mit einer konzentrierten, souveränen Leistung. Amkogne. Amkogne.